Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute mal wieder Free Fire Max und ich biele Battle Royale und danach gleich Squat. Viel Spaß. Die erste Runde geht los im Battle Royale. Wir starten im Flugzeug. So sieht die Karte aus. Ich würde sagen, ich springe da hin und ich mache das dann so wie immer. Was heißt so wie immer? So wie in letzter Zeit mache ich das. Ich werde abspringen. Ich werde nur den Haufen nehmen, wo der Computer mich immer hinschickt und ganz schön laggy heute. Schon mir ist zu lange gewartet beim Spielen, weil irgendwie, ich weiß nicht, ganz früh morgens da kann ich mal spielen. Da läuft alles gut, aber so. Achso ja, ich wollte ja warten bis der Computer mich auch wohin schickt. Also früh morgens läuft er gut, aber so ab vormittags fängt er an zu spinnen. Es ist gerade um 9 Uhr. Und da ist der erste Haufen. Ich mache mal kurz hier. Die Markierung weg. Und da hinlaufen. Manchmal gibt es da so Sachen, da muss ich leider was anderes auch noch mit einsammeln. Weil ich weiß zum Beispiel was vor der Treppe liegt oder so und ich muss da hochlaufen, um das einzusammeln, was der Computer sagt. Ja. Dann finde ich da hochlaufen. Und da hat er, ich muss da hochlaufen und auf den Zeugnummer. Und dann müssen wir da hochlaufen und auf den Strang herr POL-POP-OP-OP-OP-OP-OP-OP-OP-OP-OP-OP-OP-OP. Was für das Schön? Ja. 所 Проmittel das... gems ich gerade zu prätig. Herr Hahn. Ja. Ich bin gerade schon Jan. Ich bin echt nur noch ein Rolles. Ich bin gerade schon seitdem ich jetzt bin. Ich bin gerade schon mal vor Ort. Oh, schon wieder rüber. Ich kann mich noch nicht verteidigen. Mensch. Okay, jetzt muss ich nach da oben. Da wird wahrscheinlich jetzt so... Ah, eine Abkürzung kann ich nehmen. Okay. Ja, schaffe ich das? Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 okay ich hatte von einem mine gehört da hat einer die mine hingelegt das ist unten ach nein ok ja wenn ich am renntag gesprungen wäre hätte ich es nicht eingesammelt aber na gut jetzt bin ich 2 Nahkampfwaffen, das ist schlecht. Ich dachte ich hätte den Schrein gesammelt. Gibt es noch einen Pilz irgendwo? Ein Pilz snacken wäre ganz nett. Gibt es noch einen Pilz snacken? so und ich habe vergessen zu sagen weil ich eine waffe aufsammeln darf ich sie nicht wechseln sonst nehme ich immer meine lieblingswaffen und das möchte ich sozusagen damit verhindern dass ich nur meine lieblingswaffen spiele oh das ist etwas dahin ist aber jetzt ja so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, der hat mich gesehen. Da ist noch einer. Ich muss noch rüberlaufen. Was ich noch einsammeln darf, sind Leichen. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ich glaube, der hat mich gesehen. Schaut sich nur feiglich raus. Ich glaube, der hat mich gesehen. 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 Ich habe mich gesehen. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ich glaube, der hat mich gesehen. Und... Ich glaube, der hat mich gesehen. 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 1st blood Na ja, einer wenigstens dort. Einer da. So. Okay, jetzt sieht es schon mal ein bisschen besser aus. Ich habe ein bisschen mehr Geld. Ich würde mal sagen. Oh, das ist die letzte Runde vielleicht. 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 Was gibt es da nicht? NICHT! War ich der Beste aus meinem Team? Ja, ich war der Beste aus meinem Team. Nice. Aber nicht der Beste im ganzen Spiel. Da waren die beiden Leute hier besser. Und der hat mich zweimal gekehlt hier. Damit Theorah. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön, für zu schauen. Ich würde mich freuen, wenn der Beste aus dem Spiel ist. Bis dahin mit euch. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.